Hallo, liebe Tiefsir-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Cities Skylines 2. Ja, hier sind ein paar Hochhäuser entstanden, wie ihr seht. Und wir werden hier mal weitermachen, würde ich sagen. In unserem Geschäftsviertel. Da ziehen wir doch jetzt einfach mal hier in die Straße raus. Wenn das geht, ja, hier raus. Und dann vielleicht hier so einen kleinen Bogen rein, damit sich alles gleich aussieht. So, ja. Und dann vielleicht so ums Eck rum. Mit ein bisschen Schnörkel. So. 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 Okay, gut, dann machen wir hier jetzt wieder dicht besiedelt, ist klar. Okay, gut, so, hier geht es auch weiter, ist auch klar. Wir machen hier wieder... Okay. Gut, läuft. Ja, muss man mal schauen, dass wir hier noch irgendwie... ...eine Buslinie einrichten könnten hier auf dieser Strecke. Okay, ich habe ja schon, glaube ich, was gemacht, ne? Genau, jetzt müssen wir noch eine Buslinie bauen, äh, erstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau, wunderbar, neun Linien, die bekommt die Farbe... Okay. Und jetzt vielleicht noch eine auf der anderen Seite. Hier noch eine auf der anderen Seite. Hier noch eine hin, genau. So, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und jetzt, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 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 acht, neun. So... Okay. Oh, wir haben keine Fahrzeuge mehr, das ist schlecht. Warte mal, dann müssen wir kurz hier, äh, eine Garage bauen für zusätzliche Fahrzeuge. Jetzt vielleicht. Mhm. So... Mhm. Mhm. Machen wir hier weiter. Mhm. Dann machen wir hier vielleicht ein Gewerbegebiet hin, hier zwei, drei Blöcke. Okay, gut, da seht ihr, die Luftverschmutzung ist schon zurückgegangen, nachdem wir die da jetzt ein bisschen zurückgedrängt haben. So, Busdepot, aber können wir noch eine Erweiterung hinsetzen vielleicht. Genau. Mhm. So, schaut's hier aus. Gut, ist okay, Grundschule, ist auch okay, College ist auch okay, wunderbar. Die Grundschule hat ein Problem. Hm. 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 Hm, 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 hm. Was ist hier los? Müllberge, aber Müll, also, das kann's nicht sein, also Müll müssen wir ja genügend Platz haben hier, ne? Warte mal. Also, bitte. Warte mal. Warte mal hier. Kann man auf die Straße setzen, wenn's geht. Nee. 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 So, jetzt riech's ich genau. Okay, gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall dann weitermachen. Hier drüben rechts, würde ich sagen. Hier geht's dann mal weiter. Noch ein paar Gebiete kaufen. Ich werde dann hier praktisch diese Sachen hier, die Kraftwerke rüber versetzen. Hier. Damit wir hier mehr Platz haben. Ja, das ist die nächste Geschichte. Dazu müssen wir aber auf jeden Fall erstmal die Straße rüberziehen. Jetzt habe ich hier eine Schnellstraße. Genau, und das ist nämlich besser. Das habe ich nämlich gewartet. Das ist so... Das ist so... Das ist so... Das ist so... Und jetzt geht's hier weiter. War klar, dass der Strommaß dazwischen ist. Moment, stopp. Jetzt muss ich erst mal hier die Brücke bauen, wenn's geht. Mhm. Höhenunterschied so hoch. Hör auf. Minion. Da geht es wieder mit den Fahrspuren nicht überein, der Wasserstraße. Moment. So, langsam. Ah. Okay. 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 Wie viel Platz hier. So. Wie ist es jetzt hier mit der Eisenbahnschiene? Ist auch noch lustig hier. Anzusteigen? Nee, ist nicht mehr. So. Oh. Mhm. Okay. Okay. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber füllt seinen Dreck. So. Oh ja, das ist noch besser hier. Oh je, oh je, oh je. Warte mal. Das geht natürlich nicht. Das sieht doof aus. Das ist so. Wie ist das falsch? Wie ist das falsch? Wie ist das falsch? Wie ist das falsch? Oh je. Normal. Knick drin. Nochmal ein schöner Braun. Ja, so ist es fein. So. Ist auch wieder super gebaut hier. Ich stelle gerade fest. So, pass auf. Machen wir wieder eine Schnellstraße. Haben wir. Okay. Gut. Okay. So. So, wir brauchen wieder mehr Gewerbegebiete. So. So. Wir schauen mal kurz. Was haben wir hier noch? Ähm. Öl-Raffinerie. Ja. Öl. Müssen wir das finden. Hm. Hm. Holz auch. Hm. 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 Karotten. Hm. Okay. Hm. 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 Okay. Jetzt. Hm. Hm. Warte mal. Warte mal. Das ist auch hier blöde. Mit der Stromleitung. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das soll bitte anders mal laufen. Hm. Das soll ich sagen. Puh. Hm. Mm. Oh. Oh. Puh. Okay. Hmm. Okay. Ja, das ist jetzt ein Städtchen geworden. Das nächste Mal müssen wir unbedingt mal schauen, dass wir hier die Zugverbindungen anschließen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Felder kaufen, sehe ich gerade. Hm, wie war es das hier? Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt kommt nochmal die Eisenbahn dran. Jetzt kommt nochmal die Eisenbahn dran. Jetzt kommt nochmal die Eisenbahn dran. Warte mal, wir machen das anders. Wir werden hier mal kurz unterbrechen. Und damit hier jetzt... Hey, das ist so. Okay, warte. Wir müssen hier nochmal von vorne anfangen. Die Steigung etwas früher anfangen. Zug. Okay. 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 So. So. Oh. Vertigo ist so eng, ne? Nochmal. So ist fein, ne? Ja, ich hoffe, dass das was bringt jetzt. Nee. Ich hoffe, dass das geht. Und durch, ne? Genau. Wunderbar. Okay. Gut. Play. Hier fahren die Züge, aber eben nicht deinem Sinn sollen, ne? Oh. Ah. Stopp. Der Strom fehlt. Der Strom. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht unten durch auch. Ja. Das geht unten durch auch. Und dann hier hoch, ne? Ähm. Warte mal. Gut. Läuft wieder, ne? Gut. Wenn es dir gefallen hat. Dann ein bisschen den Daumen lassen. Abo nicht vergessen. Rechts um die Playlist. Und dann schauen wir mal, ob hier dann irgendwann mal einen Zug anhält. Hm? Hier auf dieser Strecke, würde mich freuen. Also. Oh ja. Hier. Schauen wir mal, was macht der jetzt hier. Schau nicht ab. Weil da müssen wir Cut. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü